Heute gibt es für euch Funkeböller im Test von dem Jahr 2019. Wir haben es für ca. 45 Euro beim Pyrolan gekauft, ein ganzer Schinken und ja, viel Spaß beim Test. Immer noch mit die lautesten Böller in Deutschland und auch der Oldschool-Effekt mit dem Schnipseln ist richtig geil. Untertitelung des ZDF, 2020